Hallo zusammen, wir haben heute den 1. Dezember und somit heiße ich euch herzlich willkommen zur Adventskalender Tür Nummer 1. Ich spiele heute auf meiner Zungenorgel ein Cover des wunderschönen Weihnachtsliedes Süßer die Glocken nie klingen. Viel Spaß damit! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020